2 Leutnant Prozent Prozent der neuen Folge im Tarton Leidung mit mir der Blocker IPTV und ja ich spiel mit dem Bike was ich nicht so oft spiel ich hab's zweimal dreimal gespielt zweimal online in Rennen und einmal Ebenen einmal ein Schlag und das Impulato bei und das sieht ja schon besser aus ist nicht als ich sonst damit oder Franzose wurde weg ist 2 Prozent von der Griechen deshalb bin ich jetzt erster Teil ja das soll so bleiben und es gibt uns doch gut und auch die Schöpfung überhaupt auf dem das ist egal die Krieg sie nicht so viel Minus vielleicht kriegst es überhaupt los ja das verstehe ich ich könnte ich könnte ja ich sehe ich sehe ich habe das vorgebrochen ich habe erst diese Woche um Donnerstag oder so weiß nicht mehr erst einmal für die Welt wird rollen Norddeutschland und und ich habe kein Bock ich habe kein Bock Punkte zu von ich will und die Reichsführer aber nicht weil die Punkte dabei folgenden ist Prozent Prozent Blocker IP verstehe mich nicht falsch aber die sieben tausend vierhundert Warten 45 Punkte das hat mich schon und das hat mich schon lange gedauert Jahr das Format zu tun wird dafür morgen meine Folge aufnehmen ach ja und ich werde auch gleich ist es nicht einfach und ich werde euch eine Prozent doch in dem Splatoon Video was vor diesmal war die Tufel um rauskommt tue ich euch ein Twitter link versenden da könnt ihr drauf und da steht ein Aufnahmplan wie ich das ab jetzt machen und ihr könnt mir auch Tweets hinterlassen was ich so für neue Projekte machen kann es geht Handy, PC und es geht Wii U bisher und ich spoilere euch schon bald geht auch Nintendo Switch Spiele und ich bin erster ja das ist gut dann könntest du sogar noch Pluspunkte erhalten ich jetzt krass fahren Gott wir gucken jetzt ist es nicht schlimm du musst dich erst mal oh plus drei Punkte ist doch gut und ich hab bloß um fünf Prozent das ist doch egal spießt nicht so oft und wir sehen uns gleich noch kurz die kommt zurück und wie es spiel jetzt die Heimann und ist er dass es jetzt einfach so das mit mir heiligen wir sind hier so auf die Sache gut ist so das geile ist die Münzen die man sammelt sich jetzt einfach mal die Wiener und ich weiß aber nicht ob ich hier erster werden weil die Welt die ich auch noch nicht so oft online gefahren und ein ich habe schon drei leider die Juwels sind die Juwels sind die Juwels sind für Münzen mit den Karten wirst du schneller nein leider nicht oh mal jetzt hat mich dieser wagen dank den scheiß Franzosen bin ich jetzt der scheiß Franzose hat mich abgedrängt und ich konnte nicht die Rampe bei dem Schwerdruck überfahren sie nicht echt scheiße von den franzosen war die Bombe er noch nicht mehr 6er wo kommt jetzt die Bombe her alter das ist das ist so jetzt übesbeschiss wie die Scheiße weiter wie die Franzosen leckte die ist die Verbindung mit den Spielen oder und filmen wachsen ist auch zu verfolgen lokal p werks und das liefer wegen um die nächste das ist wegen des scheiß franzosen leckte die der raum bei mir schon freilich war ich war zweiter ich habe eine bombe geworfen wo ich 6 da war hinter mir war ein französer was passiert da wurde mir dann fehlerhaft davor angezeigt und ich habe die bombe ja ich hab die mütze doch noch voll jetzt kriege ich eine ab du war wohl eine bohren es ist boomeraden er war sie von bohren kaputt noch einmal ein boomerang kaputt das ist echt kacke und diesmal gefällt ich nicht gut er war uns jetzt eine weg und ein gefahren du bist zwölfter und ich vierter ja ich bin selbst nicht besser ja ich mag die heimut ist piste eigentlich aber ich fahr die halt nicht so oft und das ist halt das problem ich habe so manche hä wie bin ich jetzt wieder vierter alter der der eine kalten vor mir hat der speed takes jungen der ist irgendwo reingefahren und kurze zeit später wo ich rumgefahren bin ist ja wieder vor mir ist klar geht ja auch vor französer weg mit dir ok dritter platz ja bei dieser zeit nicht so gut aus naja ist nicht schlimm ich bin erst mal gefehlt oder er hat das schief und so da war einfach vielleicht lässt du dich hier ich bin nein oder auch dort kommt so wo hat die rakete er deshalb spiele ich nicht so gern mit französer weg ja wir machen jetzt mal kurz willkommen zurück und ja wir sind ich bin gleich auf der äh wilder wüffel weg und ja hier sind so viele deutsche drinnen also insgesamt jetzt fünf stück naja ja weil dort die franzosen das war ein reiner hacker das merken ja eine war ein hacker weil es kann nicht sein dass die franzosen so ne scheiß verbindung haben auf einmal geht das nennen ja und wie kann ich die hupe getroffen war ja toll ist es noch nicht ich so um war wieder so eine karte ich hoffe nicht dass ich jetzt ich will einigen ich habe zwar viel plus gemacht aber ich will ich will mal diesen paar zu haben dass ich hier mal nichts mit minus kassen also kein einzigen Minuspunkte aber wie es aussieht schon und vor allem um ja das ist vor allem wenn man drüft und dann kombiniert ist es noch mehr das ist kein sie sie also schädlich ich habe sie ich habe sie ja 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 ich habe es weiter ja um um und so gut ja auch im zweiten Pilz alter das war ich so jetzt kommt noch das doch im Spiel wer wie leiser oder die es gibt auch nur keine Wechsel kommt das ist die ich mit dem Stern verpiss dich verpiss dich weil ich bin mit zwei Münzen zweiter Alter jetzt nicht erst wo Bumarang um Uwe und das ist scheiße Oma der Scheiß Bumarang neue Brüder hat mich auf den Fünften gehauen scheiß Bumarang die Schell ein Reis Koppel umziehen und ich kann die Städte und ich will so richtig neulich warum ich jetzt hier durchgereist ist der Kettbewerb das ist scheiße weil ich bitte nicht spiele ich will mich an den K8 wir wollen doch eine schön geschmeidige Folge kommt zwei ohne noch jetzt hier doch noch hier doch noch gibt es noch im vierten bis zum letzten okay du bist zum Beispiel ja du kennst dich die sich treten nicht du hast du nicht gespielt ich habe nur zwei und ich ja wir sind dennoch willkommen zurück und zur letzten Runde ja und bald fängt bei mir als Blatt im 2 und sowas an ihr könnt mir auch auf Twitter dann ähm schreiben auf Twitter Vorschläge für Projekte machen ich werde auch die meisten machen außer es ist halt was eine Konsole oder sowas was ich nicht besitze ich kann aber auch ihr könnt mir auch Playstation 2 Spiele nennen da habe ich ja auch und lässt den Bereichen spielen und denn könnte die Welt ist sich in 2 zum Beispiel worden ist es nicht und 2000 neunten Vorschlag und spielte sich hier nur noch wenn ich will für mich leidere Spiele werden sich an die Spiele das soll ja einfach und das sind er soll ich schreibe ich auch extra die Tüterheit welches Konsole ich besitze dazu es gibt ja auch nichts was sie geben könnte so hätten die König auf jeden Fall die PC auch noch mal und wenn es zwei geht auch ein Jahr mit der Dusse und die Uhr auch und in die Suche ich bestelle mir ja schon ließ ich sage ich aber noch nicht über was aber ich könnte ich lasse euch ein Link da falls ihr das Geld habt und die auch kaufen wollt aber das ist ein Premium-Pakt mit Platoon 2 also wenn ihr es mit zwei haben wollt dazu und ja das kostet die Kosten sage ich euch nur nicht, das werde ich hier selbst dann sehen und ihr müsst ja selbst entscheiden welch ihr kauft, die lasse ich nur liebte ja ich bin noch erster, äh wir verdienen kein Geld und das ist kein Clickbait, das mache auch andere YouTuber die über Twitch kauft die wird Dings kaufen nein, ich mache das nicht über mein Selbstaccount nein, das mache ich nicht ja, dann tschau Leute da 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 da